Jod ist ein lebensnotwendiges Spurenelement und wird für die Bildung der Schilddrüsenhormone benötigt. Diese regulieren zahlreiche Stoffwechselprozesse und sind unter anderem für Wachstum, Knochenbildung sowie die Organ- und Gehirnentwicklung des Kindes notwendig, auch schon vor der Geburt. Schwangere und Stillende haben einen erhöhten Jodbedarf. Sie sollten nach Rücksprache mit Ihrem Arzt 100 bis 150 Mikrogramm Jod zusätzlich pro Tag zu sich nehmen. Auch Personen, die sich vegan ernähren, sollten auf ihre Jodzufuhr achten. Personen mit bestimmten Schilddrüsenerkrankungen sollten sehr hohe Jodzufuhren vermeiden. Jod aus der üblichen Ernährung, einschließlich Jodsalz, ist aber auch für sie in der Regel gesundheitlich unbedenklich.